Dann schauen wir mal wie es auf der map heute läuft, mal gucken, Big Run Hype, oha, der hat ein paar Archivements schon, ich bin da zuversichtlich, ich habe einen Nuseln aus, Nuseln aus, es ist Ebbe, schöner Start, schöner Start, warum, warum, okay, na gut, Ebene ist gut, Ebene ist gut, Ebene ist gut, glaube ich, Ebbe, Ebbe, nicht Ebene, Ebbe, zwei Türme haben wir, Ich sehe ein Little Reden Ei, oh Gott, okay, sind schon wieder einer von den Randoms, die nicht wissen, was Eier sind, das wüssten sie, nein, ähm, doch, nein, ganz ehrlich, was ist los? Das kann doch nicht sein, ey, kann doch nicht wahr sein. Und dann, sehr gut, Leute, kommt alle hierher, wir sind genau hier richtig, jawohl, jetzt schießen drei, zwei Türme auf uns, Ihr seid sehr gut, ihr habt ja nicht gesehen, dass ich bereits dastehen, nice, ihr seid Helden, und, ähm, naja, So, wir brauchen Eier, Leute, wir brauchen jeden, der keine Eier hat, ganz ehrlich, also, das kann ja nicht, schwer sein, also, nee, ich springe jetzt mal um die Bosse hier, was, die Welle erwischt mich da unten drauf? Oh, also, achso, stimmt, die Benachregelung haben, das ist toll, ne, uh, mag ich gleich nach der Runde, mag ich gleich nach der Runde, bedanke, äh, Ja, stimmt, ich habe dafür, glaube ich, auch noch keinen Text, witzig, ähm, Okay, die kümmern sich schon, ne, ich sehe ja da laufen welche hin, ne, also, man muss ja einfach mal, bei den Falmen mal ein bisschen mitdenken, ne, man sieht ja, okay, da gehen welche hin, ne, man muss da jetzt nicht zu, mit sieben Leuten hingehen, wenn Sworn hat, andere Bosse noch, ne, einfach mal ein bisschen, Kopf anstrengen, ist, da, guck mal, da kommt easy da dran, Zack, Was ist das Ding? Ich war doch auf dem Speer, auch wie doof Oh, scheiße, ey Benutzt du eine Special, du Held Oh, als ob du keine Special hast Oh, man, you had one drop Oh, bitte Oh, bitte Ey Oh, man, ey, das ist so richtig, oh Gott Das ist unverdient, habt ihr, habt ihr euch nicht verdient, weiterzukommen, ihr müsstet diese Minus 20 Punkte, egal Come on, Flammy, dir auch ein frohes Neues, schön, dass du da bist, ich hoffe, es geht dir gut, du bist gut reingekommen Ich hoffe, bei dir ist auch alles gut Ja, es steht du musst doch warum schwimmt denn mein kleines stück scheiße da nicht so und jetzt machen wir das was eigentlich seit einer stunde klappen sollte einmal da hoch wenn da einmal ein bisschen grün ist dass man da nicht hoch kann das ist ja sogar einfach diese wellen wenn man könnte so easy gewinnen und er hat sich mit dem bleibe ich das ist ja kann man nur so genau das wird benachstigung nicht ganz vergessen ich hab doch irgendwas vergessen gehabt so stimmt meine notizliste ich wollte mir ja immer notieren und legen bossen und alles ne dieses wirklich die frame rate einbrüche die im zimmer und entstehen das ist normal ab einem gewissen punkt das ist leider leider normal ich habe bei der folge ist offiziell von der switch geschmissen ich muss sagen gestern war es war glaube ich so der tiefpunkt das hat kein spaß mehr gemacht das war ja furchtbar auf dem klingt kein einer ist okay von den einen habe ich schon die silberdinges ne voll cool Ja, der will mich, ok. Noch einer? Boah, der Regen fliegt gerade echt beschissen. Man, oh nein, ich dachte, oh, ich bin mir. das war ja ernst krass ich hätte vielleicht ein special aufbereiten sollen damit habe ich die erste runde zu mir so viel spaß gemacht mit den randoms wieder runtergespielt tief aber gut ich habe ja das gefühl seit weihnachten spielen nur kleine kinder wie geil ist das denn ich weiß jetzt schon sind alles doofe randoms naja was geschenkte runde geschenkte runde ich hatte jetzt auch ja weil wir die eier so ist es schön aber es ist ja gar nicht da hinten hier so kleine ja genau also ja genau egal da über der große die waffen sind leider nicht so cool muss ich ganz ehrlich sagen die waffen ich weiß nicht ich muss sagen das hier ist so eine kassenite das war eigentlich ein geschenk das ist jetzt nicht mehr mein job da ist alles dein job da waren zwei gold egal 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 Okay. Unendlich weggehen, okay, ist kein Thema, ist kein Thema, wir werden ja unendlich davon Wenn man jetzt rück ist, bist du selbst tot, da können wir nicht so nennen Komm schon, komm schon Hä, was war das denn? Ah fuck Ey, sag mal, es tut mir leid, was Ich spiel nur in, ey, oh nein, also langsam wird's, also das ist nicht mehr lustig Es kann, ne, okay, ich muss sagen, ich geh jetzt in den Report-Modus Es tut mir leid, ne Kann noch nicht kompliziert sein Einfach die Dinger, die man bekommt Und den Kopf bringt Null Komplexität Null Null Und das schaffe ich wieder nicht Wie, wie atmen diese? Ich möchte nicht Schade Das ist besser Oh Ja Ja Wir sind Wir sind Wir sind Der Werfen die Eier mal wo, ok das ist schon mal ein Anfangen, eigentlich ein Team mit dem Team mehr arbeiten kann. und Nein, ich kriege glaube ich den großen nicht zu veranstalten, das ist voll gut die Waffe. So, minus 20 schon mal weg, progress, geil, nice, das ist jetzt sehr cool, cool, so jetzt einfach mal vielleicht auch mal durchziehen, das wäre cool, ich würde mich nicht nur freuen, aktuell gefällt mir die Truppe hier, aber aktuell gab es auch keine Schwierigkeiten. Aber gut, solange es nicht so schwer ist, dass sie verlieren, gibt es auch keinen Grund zu reporten. Aber gut, da sind halt dann glaube ich auch welche, die dann auch nur für die Belohnung und sind dann hoffentlich auch erstmal weg. Okay, sehr schön, auch die beste Special, die wir haben, um uns alle zu retten, schon mal raus, das ist gut, Heil wird nicht eingesammelt, brauche ich auch nicht, schade. Das ist ja nur online regelt aber schon. Keine Tinte mehr. Mann ey. Danke schön. Wie ich keine Tinte hab, keine Lippin, kein Trocken ey, ist alles ausgetrocknet. Eine Wüste ist noch, bitte ich voll im Vergleich zu meinem Tintank. Uff, uff. Mann, du hast einen Regenschirm, ist es doch nicht so schlimm, die Ads wegzumachen. Oh, bitte ey. Oh, ein richtiger Tauge nicht, ey. Oh, man, natürlich lieber mit dem Schirm. Lieber mit dem Schirm auf den Dingen schießen. Oh, du bist ein Held, ey. Dich fallen, werden die Leute fallen, ich saß dir. Boah, diese Wotts-Held, ey. Boah, diese Wotts-Held, ey. Ah, so, Raketen oder? Dreckig. Dankeschön. Ja, 5 Eier wird nix, sehr schön. Nee. Schade. Das wird, glaub ich, nichts. Keine Ahnung. Ich probier's bis 11 Uhr und dann hab ich keine Lust mehr. Kann ich mit spielen. Äh, was ist denn dein Salmon Run? Ragnach mal so. Also, was, was sind denn deine Salmon Run-Erfahrungen? Ah, so, irgendwie einen guten Morgen glaub ich ganz cool, ne? Wo ist Neus? Ich glaub genau. oder die meisten zu tun sind wegzubringen gehe ich hier zum kopf ich mache das jetzt hier ich habe ein post meinst du schaff das nicht hattest du angst dass ich das nicht schaffe statt alles andere noch mal zurück nein du hattest eigentlich dass ich den kanon ja nicht ich sag ja die leute sind auch eigentlich nur hinter den erfolgen hinterher geben sich gar keine mühe die nehmen die schon mit ihr das problem ist ja nicht wenn anfänger reinkommen das problem ist einfach die leute ich will einfach nicht mit anfängern spielen weil ich auf einem level das gibt es nicht ich raste gleich aus ganz ehrlich die das macht Spaß das macht das das sind die idioten unterwegs geschenkte hier diese eine runde wo dieses schleimdinger rauskommen ja genau die schleimäule war eigentlich also ich muss sagen ich habe die runde noch nie verloren das muss ich ganz ehrlich sagen außer heute so so okay dann fahren wir da hinten das ist dafür nicht so wir haben der dinge jetzt hat nur noch einen wir haben eine bombe rein und ich sehe jetzt ist schon dort ja ich bringe die eier dann am korb weg ja jetzt kommen die weg jetzt hat es noch nicht jetzt haben wir zwei türme es ist und wir haben dunkel ich mache nur die enden hier die ads hier macht die dinger ruhig kaputt ich habe glaube ich die zeigen kann ich nämlich glaube ich ganz gut kaputt machen mit einem regenschirm fahre ich hier aus und dann kann ich dagegen fahren genau ach jetzt hat mich ein kleiner es wird mich ein kleiner wichtig die großen sind leider nicht so einfach damit kaputt zu machen ja so sieht das aus ich bin die drei dann muss man durch bringen auch zu mir ja wie lange krieg ich ja ich habe eine special für die wo diese drei big shots einer lebt noch ja ich kann den abfangen so den resten der kinwerfer ist weg Ah, ich bin tot, wir haben nur... Krass. Sorry Nils, es ist zu spät. Alles gut, alles gut. Und alles gut. Ich hab das gerade noch im Augenwinkel gesehen. Ja, kannst du das machen. Der Laser, also das zu... Das kommt aber nicht weg. Kann man damit schon was machen? Wie... Mir wird jetzt in... Mir wird jetzt in erster Linie dass anders die Brustteile einfallen, wie diese Fallschirm... Das Fallschirmbrustteil. Was man damit kombinieren könnte. Ach so, kombinieren das. Äh... Ich weiß nicht, ob man überhaupt die Sachen da kombinieren kann. Ich weiß nicht, viele Sachen lassen sich einfach... sind glaube ich nur für sich selbst irgendwie... existent. Wie sieht das aus? Nein... Die Klitten und ich wird den schönen Feuerwehr hinzufu, dann kann ich den Rest nicht raus sehen. Ja, vielleicht gehen mir jetzt so langsam die Tinte aus. Wie viele wollen denn noch zu mir, ey? Aber langsam wird es lächerlich, also wenn ich dann... Ja, natürlich habe ich immer noch keinen. Scheiße, ey, oh man, wenn man nicht weiß, was man kaputt macht. Oh man, das ist weg. Was hier ja? Oh. Oh man, nee. Oh man. Oh man, das ist weg. Es ist weg. Sniper lebt dich recht wieder. Danke. Und den Random. Oh man, auch Leute. Ich glaube ich spring gleich ins Wasser, dann sind wir alle gestorben. Dann ist das nicht mehr so fein. Schon wieder der Random. Oh man. Dann ist Manny wieder tot. Obwohl. Wo seid ihr da? Was hab ich nicht gezählt? Ja nice. Das ist das Winter Scheiß Special. Oh nein, das macht keinen Spaß. Nee. Nee, das macht keinen Spaß. Warum hat die Special jetzt keine wiederbelebt? Ich weiß es nicht. Nintendo, kannst du mir das sagen? Warum kann ich sein, dass es nicht über die ersten zwei Wellen geht. Ich hab nicht eine Runde gewonnen. Also. Ich muss sagen. Ich weiß nicht. Die Waffen sind... Oh, nicht schon wieder Flut. Flut ist ganz gut. Weil dann sind vielleicht auch die Leute machen einen Tor ab und können die Eier wegkriegen. Das ist schon wieder der Random Tod. Der lebt einfach nur zu sterben. Gut, dass das kein Real Life 4 ist. Das wäre ja schade. Das ist doch so lächerlich. So lächerlich. Warum spielt denn... Egal. Ist es. Es ist mal Spaß. Es ist ja gar nicht. Das was noch nicht aufgefallen ist. Der macht den Ganzen vor. Das ist ja ganz gut. Aber nicht gibt es keine Schmerz. Du kannst die leute. Das ist ja gar nicht. Das ist ja gar nicht. Ich weiß nicht. Das ist ja gar nicht. Ich weiß nicht nur. kann wir den dingen da oben weg machen wir haben da irgendwer hat doch den l3 oder blättling ja der der ist alles gut ja ich habe dennoch mitgenommen sehr schön geil und danke für den kleinen du denkst guten morgen liebe sorgen seid ich auch schon alle da habe sich auch so gut geschlafen ja dann ist ja alles wenn ich komm hier hin komm hier in der turm 65 ja nicht der bärmette herkommen können mach den turm und müni dankeschön für den bereits 15 der bärmette zum korb kommen gerne gerne wieder also ja nicht aufgabe ich aber nicht gerade war es noch der random soo ich fang mal mit dem Ding da hoch ich war eigentlich irgendwo ein Raketenwerfer ein paar eier auf jeden fall noch das wäre glaube ich vier genau drei ich komme mal wieder zum korb wer sind da ich habe dich 100 mal abgelöst ja perfekt alles gut überleben überleben ist wichtig und natürlich frohes neues mini ich hoffe du bist auch gut ins jahr reingekommen und mache dir auch ein schönes neues schön dass du da bist ich hoffe es geht euch gut und seid gut reingekommen ok die will ist schon wieder lustig der der den regenschirm hat kann einfach die Ärzte mal kaputt machen dann können die anderen nämlich schön gemütlich die eier weg bringen ach weißt du scheiß auf ich zünde hier meine strahlen ich habe hier noch die letzte Welle und zu überhaupt noch die Mühe machen zack genau wir haben noch eine special sehr schön ich hoffe du wirfst jawoll richtig da in die goldene shitgrube jawoll ja ich habe noch zwei krebs nochmal das heiße kannst du auch noch mal ganz gut währenddessen werde ich mal die eier hoch ich weiß nicht ob da irgendwer da oben ist und die kummer ist ein goldener da kannst du voll die krabbe rein oder ja ich bin bei den eiern ok das war sogar nice ok cool jetzt noch überleben aber ich glaube zu sterben ist glaube ich unangenehm so nein 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 weil er wieder den Bus kriegt. Ah, ich auch. Kleiner Spoiler. Das ist auch der Raid-Alert. Nein, der frisst mich mit. Egal. Wir sind... Manny, kiss uns. Manny, kiss uns. Oh, die Schlange! Oh Gott, wie die, die einfach assozial... Manny, bist du da noch rum? Ich bewege mich nicht. Okay. Oh Gott, wie die, die einfach assozial... Ja, der Strahl kam jetzt auch noch. Ja, das ist okay, ich muss sagen. Läuft semi-gut und ich muss sagen, da bin ich ein guter Teil von. Ach, der ist ja... Was? Scheiße, ich bin... literally sie beim Kopieren, ey. Ich glaube, du lass mir einfach liegen, ey. Wir haben auch immer irgendeinen Scheiß-Rotz hier rumdümpelt ey. Ne, gut angestellt habe ich mich gerade bei dem Boss gar nicht. Aber ich habe mich gerade nicht. Ui, ui, ui. Aber es gibt mal wieder pluspunkte. Das ist cool. Das heißt, ich bin ungefähr irgendwann mal.. Nein, okay. Ich würde ja gerne wieder VP werden, irgendwie. ich sehe hat nicht mal liegt wir haben jetzt gerade gewonnen und ich sehe noch nicht einmal liegt mir fehlen noch literally drei siege bis ich wieder baut meinen alten rangen auch drei siegen das holen wir jetzt so ich habe hier das heißt ich mache jetzt hauptsächlich die jetzt kümmert mich so ein bisschen um die eier ja ich höre von den feiern das heißt gerade der focus texte der kann das ganz gut da kommen wir haben direkt richtig geil das macht er immer mit wir können mit dem ende mit kommunizieren also wenn das spielweise ist dann ist nein man kann sich leider wirklich nicht auf brennen verlassen hier so als gibt es die nicht das wäre super wenn es sind wie schlechte enttäuscht wenn du glück hast erwischt man guten aber ansonsten ist eigentlich eher schlecht enttäuscht ich mache ich kümmere mich mal um den raketen wirft am strand okay ich bin ob ich jetzt zu tun dafür okay es gibt mittlerweile drei raketen wir fahren jeden strand ist einer was habe ich den rennen wieder beliebt und bin gestorben haben es sich der tausch gelohnt nein hat irgendwer eine special für den raketenwürfer auch direkt eingelöst darum kümmere ich mich glaube ich vielleicht sagen wir nur eine farbe rosa oder grün wahrscheinlich rosa aber ich frage trotzdem ja den können wir glaube ich herkommen lassen rennen sagt ich bin aber doof okay dann dann nicht aber den hai der folgt mich okay okay das ist auch aber ich habe ja noch dieses bisschen das ist auch der platz die könnte ich glaube ich ob ja kack schnase ey random hinter dir so ein paar autos werden dann kümmern mich ganz schnell wir bauen drei eier noch da sind zwei autos glaube ich am korb ok perfekt auch wenn ich da für jetzt eine ulti gejustet habe ist ok lieber das als eine runde zu verlieren dann hätte die ulti auch nicht das wird dunkel ja doch das wird dunkel sein ich bin einfach wir müssen werden in den schirm ich glaube die jetzt kann man damit ganz gut weg machen die alle einiges muss nur seinen schirm raus und dann habe ich schon abgeschossen ja aber das ist das zeit die alle mega gut weg also ja das ist das ist eigentlich ganz gut ich habe noch eine special ich habe irgendwie nur noch hinter euch und da habe ich mich umgedreht und fläche geworfen läuft die rolle hier und damit auch fröhres neues kerby perfekt Danke, es heißt Frust Neues. Was ist das denn? Guten Morgen Daniel, Frust Neues. Ja, ich muss nur kurz die Nase putzen. Ach so, ah ok. Ja, die sind nervig. Ich helfe mal den Random. Irgendwo ist noch ein Hai. Und diese Kante ist so nervig. Freude. Als ob da noch ein Auto von hinten kommt, will ich ja nichts testen. Das war der Renn im Moment. ich glaube ich habe die hunde gar nichts gemacht kommt vom strand da kommt ein auto von welchem stand ach so für mich gibt es da so ein asozialer pisser ganz ehrlich so ganz ehrlich ganz ehrlich was war das denn für eine rotze da verstecke ich mich hinter diesem riesigen scheiß wie asozial wie asozial ist das ja natürlich sind die so super smart wo habe ich es kacke gehen wir vernehmen das ja genau immer noch nicht mehr krass 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 oh ich ganz ehrlich es tut mir leid ich glaube ich das ne 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 das mag ich das mag ich das mag ich